Ich glaube, dass er außergewöhnliche Dinge zeigen kann, dass er fußballerisch jetzt schon, das hat Klaus vorhin schon gesagt, in den Spielen vieles hat aufblitzen lassen und er kann auch weitaus stärker werden, besser werden, wenn man ihm auch eine gewisse Ruhe gibt. Ich glaube, dass sehr viel in den letzten Jahren auf ihn eingebrasselt ist und dass er sich selbst auch erstmal absolut finden muss, um für sich selbst auch eine Sicherheit zu haben. Wenn ihm das gelingt, dann werden wir einen fantastischen Spieler haben. Da bin ich absolut von überzeugt.